Hallo, meine lieben Freunde! Na, seid ihr bereit für unser erstes Castle? Ich glaube, heute machen wir zwei Mini-Castles, ne, Lina? Ja. Äh, was ist das denn für ein Turm? Groll-Turm. Grrrr! Ich hab echt... Ein fränkischer Turm, oder wat? Ey, ich hab noch nie dreimal Ärger gegeben, aber ich hab nämlich gelernt, das gibt es nämlich in manchen Fällen. Warum auch immer. Manche, manchmal, ich weiß nicht, manchmal kommt mir das mal wirklich vor, dass manche Sachen wirklich dreifach Ärger geschrieben werden, was ich aber auch nicht so wirklich verstehen kann. Mhm. Na gut, dann bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Also, Grauen... Vielleicht hab ich aber gerade mal einen Schnupsen, die drin sind ja. Oh. Yeeeey, die Dinger hab ich ja total vermisst. Nichts. Die blöden Missteil. Wieso haben wir gerade keine Musik? Äh, doch, jetzt. Ich muss gerade sagen, ich hab Ton. Toll. Okay, die kommen auch nicht einfrieren? Nein. Gut, dass es getestet ist. Oh, ich hasse diese Mistdinger. Ey, nee. Sorry, da hab ich dich gerade getötet. Die Dinger sind aber auch kacke. Du weißt? Früher gab's auch noch ein Riesending. Okay, da hast du dich gerade gerettet. Oh, Mann. Ja, jetzt heißt der, ist Grauens. Ja. Die Dinger sind auch Grauen. Ich würd's interessieren, ob man irgendwelche Rüren da rein... Oh. Warte mal, hattest du gerade einen Mini-Pilz? Scheiße, ja. Dann lass den mal eben töten. Dann will ich den Mini-Pilz einsammeln. Oder den sammelst du einen und packst dich in die Blase. Weil, wofür braucht man denn hier Mini-Pilz? Geis, ich hab das nur gerade ganz kurz. Ich dachte, warum bin ich jetzt so winzig klein? Ach du Schiele. Oh Gott, dann wär mir... Dann wär's lustig. Hm, dann hab mir jetzt schon Spaß mit dem Level. Du hast mir einen Gefallen und gehst du dann in die Blase ein, wenn die Mini-Pilz hast? Ja. Warum möchtest du das mit dem Mini-Pilz... Oh Gott, nein. ...alleine weitermachen? Hell no. Wird's interessieren, ob man in irgendeine Röhre reinkommt von den Roten. Die Roten sehen ja so verdächtig aus. Ich weiß auch nicht. Boah, so arschknapp, ey. Na, verdammter Mist, ey. Oh, scheiße. Wir können nix machen. Ich muss euch gleich mal runterkommen. So, stellst du... Moment. Stellst du, hast du eben schnell? Renn, 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 renn. Und geh in die Blase, bitte. Danke. So, jetzt musst du... Du darfst auch nicht schüllen, sonst kommst du nämlich mit zu mir. Ja, ich weiß. So, welche Richtung ist jetzt richtig? Ich geh jetzt mal die Richtung. Hier oben. Verstehst du mir ein bisschen den Weg, Schatz? So, mit Kunstensprung. Deswegen sag ich ja, ich konnte grad nicht weiterlaufen. Das ist wirklich... Jo, das... Boah, ist das scheiße. Da musst du... Rennen, renn, 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 renn. So, jetzt schnell. Geh doch mal lieber zurück in die Blase. Oh Gott, der... Aber hast du gut gemacht. Man fliegt was so weit, ey. Ich hasse das. Hast du unser erstes Darkland geholt. Hast du gut gemacht, Mausi. Und das sieht doch auch verdächtig aus, hier. Ja. Alter, wenn man das übersehen hat, dann kommen wir nicht mehr zurück. Das ist richtig asozial. Schon zwei gemeine Starcoins. Ja. Ja, du bekommst die mit dem Kaminpilz aus, die anderen bekommst du nicht für neulich aufpasst. Vielleicht will man dann Blase nicht, dass man die noch mal für irgendeine Stelle braucht. Man weiß ja nie. Hups. Hier traue ich alles zu. Ja, ich wollte nachgucken. Ich traue sogar zu, dass irgendwo hier eine Passage ist, wo man sogar weiterkommen kann. Ja. Weißt du? Das Level ist wirklich ein Grauen. Das stimmt. Boah. Ups. Ui. Jetzt zeigst du aber gerade richtig, Schatzi. Jetzt auch nicht lang. Ich gucke alle Wände nach. Ob hier nicht irgendwo ein Durchgang ist. Guck mal, da oben. Ha, was habe ich gesagt? Ja, da ist mir ein Problem. Da muss das Timing aber richtig stimmen. Deswegen habe ich ja gesagt, ey. Scheiße, Dreck. Nein, komm. Schneid, schnell, renn, 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 renn. Nein, Tordi. Oh, du hast es geschafft. Das war arschknapp, ey. Lass mich das lieber machen. Oh mein, ja, bitte. Nein, bleib du mal in der Blase. Oder so. Blase! Alter, der Pilz ist auf Trunk. Juhu, juhu, Peiner tot. Juhu, juhu, Peiner tot. Juhu, juhu, Peiner tot. Juhu. Jetzt sage ich, das ist ein Secret Exit. Dein Hartkranz klang so ein bisschen wie, 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 wie Tiny Cone Warp ist so, wenn die Mini ist. Als ob. Kannst du bitte runterkommen? Toll, Toll. Hätte ich auch noch hochgeschleudert da oben drauf. Alter. Was ist denn denn? Irgendwie ein Secret Exit. Also, das, dieser Turm ist echt... Richtig asozial. Ja, und Boom Boom wurde besiegt, obwohl wir ihn gleich besiegt haben, ist gut. Das war nur ein Zwischencastle, ja, jetzt noch Boom Boom fällt, das wäre es ja jetzt noch gewesen. Ja, aber wir müssen ja trotzdem noch mal ein bisschen klar machen. Ja, aber jetzt können wir uns zumindest durchrennen müssen können. Alter. Da kann ich es mal holen. Ganz im Ernst, du musst wirklich als Mini-Pilz gehst komplett wieder bis oben durchmachen. Da bist du zu zweit echt besser dran. Da freue ich mich ja schon alleine drauf. Na, das glaube ich dir, du. Jetzt müssen wir ja, können wir ja durchraschen, wir haben ja jetzt alles. Da war auch die dritte Starcon, oder, beim Secret Exit? Ja. Dann haben wir wahrscheinlich... Das ist natürlich eine Röhre durch, das müssen wir dann eigentlich nur noch um. Aber was mir gerade so einfällt, ne? Möchtest du nicht ein Dings haben, eine Eisblume? Kannst du ja gleich... Schnappst du dir gleich? So, jetzt geh mal ab in der Blase, ich wasche die weiter durch. Dann bist du wenigstens groß. Ja. Natürlich nur, wenn du wollen würdest. Ich klinik... Hau mal mit der Blase ab, du störst. Das gibt es jetzt nach der Aufnahme, Mausi. Weiß, wie ich bin, in der Aufnahme. So, 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 so. Ah, deswegen gab's doch... Sicher, sicher. Deswegen gab's doch kein Bum-Bum-Fight. So, mal schauen, was Bum-Bum diesmal drauf hat. Was konnte er eigentlich letztes Mal nochmal, der wollte er dem größer, ne? Ich glaube... So, was kommt jetzt? Kriegt der Flügel? Hat er auch manchmal gehabt. Ja. Das sieht so dumm aus, ohne Arme. Toll. Ich wollte ihn eigentlich abballern. Das wäre jetzt aber nicht sehr geschickt von dir. Ich wollte ihn eigentlich abschießen mit Eising, oder? Okay, dann triffst du. Toll. Mit dem Fuß hat er mich erwischt. Jetzt misst es viel. Okay, er hält gerade wirklich nicht still. Yes! Das nenne ich mal Skill. Ja, ja. Ungewollt, aber ey. Ich muss sagen, der Bum war doch ein bisschen gemeiner. Ja. Das war doch trotzdem ein geiler Kill. Das war gutes Teamwork. Ja. Der Kill, genau, der Kill war beabsichtigt. Das haben wir genau geplant. Du, ganz im Ernst. Ich glaube, jetzt wird's richtig höllisch. Deswegen lass uns erst mal das ein Eingriff nehmen. Achterbahn, das ist lustig. Das ist die 6. Gut, machen wir gleich, ne? Ja. Ich glaube, das ist nur A oder so. Aber dann lass uns mal ja. Feinzörchen Kurbel. Das hört sich in der Flugkönche an, irgendwie. Mhm, das sind noch die Flugkönche. Ja, guck mal, da sind sie auch. Möchtest du erst? Oh, kennt uns. Ja! Toll. Ich hab so ne ganz miese Eingriff. Ich muss man nicht schon mal gebrosset denken. Ah! Da war es nämlich so, dass man manche keine Ohne befreien musste. Der dann diese Blöcke zerstört, ne? Und darum hab ich dann wiederum ein Starcoin gecrasht. Ja, dann könnte man sagen, da oben ist auch alle Fände. Also, denkst du, was ich denke? Dass irgendwo wahrscheinlich ein Starcoin hinter so nem Ding sein. Ja. Mach den mal. Könnt ich den mal freilassen. Ich hoffe, dass es jetzt sehr, äh, sie... Ja. Die Frage ist jetzt, wo geht's runter? Da ist er von Filistakon. Jetzt muss man nicht... Kann man mal sprühen, wie er hochkommt. Dann bist du irgendwie in der Blase verschwunden. Nein, 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 ah! Gott sei Dank hast du's noch gekriegt, ich wollte es nicht einsammeln. Da! Scheiße, ich bin ein Troll. Verdammt. Da kann ich mir auch gerade ziemlich gut vorstellen, dass da was ist. Komm mal runter, vielleicht spawnen wir wieder neu. Das glaub ich weit weniger. Ich glaub ich aber auch nicht. Obwohl, doch, der ist auch wieder da. Ich hoffe, wir können vielleicht noch mal wieder sein. Wenn ja, die Scheiße. Kommen wir nicht noch mal rein, wenn ja? Ja. Kommen wir. Hoppen wir auf das Beste. Ja, er ist wieder da. So, jetzt muss das Timing schon mit Suche-Einklip versuchen. Scheiße. Nein, das ist perfekt. Gott, geh da hoch. Mann, geh hoch, voll Idiot. Och Mann, nee, ich sterb doch grad nur was. Toll, da war nicht mal einer. Oh Mann, oh. Den kannst du meinetwegen haben. Da oben steht's aber für sich aus. Pilz kommt, mach die mal an Arbeit. Ja, da. Ja, wenn du mir mal ziehst, wie wir da hinkommen sollen? Ich muss doch irgendwo ein Pil. Gott, mach mal eben. Kannst du schon mal die Flagge aktivieren, bis wegen sind wir groß. Toll. Ich glaube, hier ist sonst nichts, oder? Was schätzt du? Ich glaube nicht, oder? Na gut, er kommt. Nee, da oben ist auch nichts. Da sind Blöcke. Danke. Da ist es da kommen. Schon mal auch einfach zu kriegen. Manchmal auch gekommen, also. Mein Wahlsprung hat man die auch gekriegt. Ja. Du bleibst es auf der Seite. Neugierde hat man gerade gepackt. Ich trau' überall zu den Wettbewerden. Boah! Ich glaube, ob die anderen noch ein Treffen können, aber du hast es gerade auf mich abgesehen. Gibst du? Hab ich gar nicht. Lass die Hunde los. Ich hab gesehen, ich glaube, wenn du in SMS an Hayley geschrieben hast. Bestimmt deswegen, oder? Klar. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir jetzt noch Minipilz kriegen würden. Ein Feuerwerk nur, das ist schlecht. Glaube ich. Wollen nicht auch nicht. Bäää. Toll. Was wollen wir damit sagen? Das ist mein Pilz, aber nicht so ein Scheiß. Das ist das schlechteste Pilz. Blöder Pilzkopf, ey. Wieso beleidigst du dich gerade? Weg mit dem Müll. Wie kann man so viele Items haben im Inventar? 99 von jedem Stück. Aber ich muss auch wirklich sagen, da war das Spiel aber gefühlt auch schwieriger. Ja. Guck mal, wir kommen gar nicht in den Baby-Yoshi hierhin. Ohne das Level doch uns gemacht zu haben. Obwohl doch... Ne. Kommen wir wirklich nicht. Lass uns das machen. Dunkele Blockade. Na, Sophie. Das schreit doch quasi nach hier Leuchti. Ich bleib mal halt beim Flughörnchen, ne? Du erleuchtest uns den Weg. Ich komme hier gerade kein Stück voran. Wie soll man die hier übersehen? Da ist noch... Okay, dann wunderschön. Du Mistvieh hier. Hier ist schon nichts zu sein mehr. Ah, bestätig, aber du könntest auch... Dann Pilz ist gerade in die Wanderschaft gegangen. Das sieht aber auch ein bisschen verdächtig aus. Pass auf mich. Danke. Sieh mal Blöcke, aber Kissen und Münze raus. Wir sind verdächtig. Oh, so viel. Komm her, Pilzkopf. Komm her, Feiner Pilzkopf. Jetzt wird ein Flughörnchen gut gewesen. Liene, los! Fuck. Gott, dann probiere ich es. Ich bin jetzt dran. Komm nicht hoch genug. Pilzkopf, tange! Das ist die nächste Schlaufe. Los! Das ist die nächste Schlaufe von dir, wenn ich da gerade runterspringe in den halbsicheren Tod und du kommst auch hinterhergesprungen als Absicherung. Das Springgefühl ist nicht so hoch der Kleine. Das ist voll schrecklich. Ich muss auch hier rennen gedrückt halten, dann springst du besser. Oh, tot, du vollidiot. Entschuldigung, ich glaube, dann kommt der Pilzkopf runter. Ei, 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 ei. Ich habe da jetzt gerade eine ganz müsige Fülle-Sache. Au. Sag nicht. Ja, ich gucke mal hier an, hier unten brauchst du Bombe für. Na super, da ist noch einer. Ja, ich gucke mal hier. Ich gucke mal hier. Na super, da ist noch etwas Feuer. Ja, da ist noch etwas Feuer. Nacht. ich habe ein ganz mieses gefühl bei der sache guck mal lieber da in der ecke noch mal nach ob da nichts ist die ganze geschehen noch vom one-up die ganzen röhren die irritieren mich halt ob man da noch mal durchkommt ein bisschen viel skill ja ich wollte eigentlich in eine komöne röhre da reinkommen ja ganz im ernst also wenn uns das takon fehlt oder so dann ist da was faul ich sag ja ich will gerade mal ausprobieren aber in der röhre reinkommen ich will es gerade mal ausprobieren und ich kam nicht mehr rüber ich hätte es ja gerne ausprobiert bei mir können wir dann noch mal gerne gucken wie gesagt er ist ständig gegen die scheiß ecke gesprungen ich kam ja gerade nicht hin dann schaue ich da nach ok bleib du mal hier über sprinten geht auch nicht dafür ist die lücke zu groß vielleicht habe ich doch mich doch ein bisschen zu jetzt bin ich jetzt recht groß jetzt komme ich da jetzt recht nicht mehr durch moment ich habe noch eine idee geh mal weg da bis noch die absicherung denkt dran ach so los die meine rohrein wir müssen uns jetzt bei ja noch mal gestorben ihr müsst ihr mit einem rechnen warte auf mich 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 oh gott oh gott da hätte ich dich hier aber lieber dabei bin der fall bruder da steht wo man ab so mit dem damen da oben ist jetzt da kommen ich wollte einfach nur in die rohre rein was ist mit der roten dann keine ahnung ich hoffe da ist einfach wirklich nix ich das war so sieg mit exe das wäre so schlecht und glaube dass wir meinen keine meinung sind es wird rein ja das ist mein baby ausgeschnappen und jetzt achterbahn blaue der bisher bei dir noch nie gute überleben chancen gehabt ballett der piranha pflanzen das schöne ist da ist die kette wie willst du dich daran hängen mit joshi aufnahmen da gut du spielst tarzan ich spiel mario das ist eine der besten stelle ich habe mich jedes mal so tot gelacht das einzige was die überlebenschance garantiert hat denkt dran irgendwo hier sind noch stark und wir haben nur gar keine gefunden kriegt langsam angst du das stimmt pass mal auf die joshie auf und nicht töten ich will mich da jetzt wirklich mal hoch und schau mal nach die 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 Aber bei dir überlebt... Ja, überlebt er nicht lange. Okay, Sorge, mein Kleid, ich hab dich. Luftangriff! Hier, den kannst du haben, wenn du willst. Du musst ihn auch haben, ne? Als ob wir noch... Es kam noch keiner von meiner Soxin. Das stört mich jetzt auch gerade so ein bisschen. Äh, wir haben ganz sicher gerade was verpasst. Guck mal, wo wir sind. Beim Checkpoint, wir haben noch gar nichts. Das ist niemals die Erste. Niemals. Guck mal da oben nach. Kannst du auffliegen? Nee? Gott. Pass mal hier auf unsere Scheiße auf. Die Dritte! Ach, du Scheiße! Toll. Warum zum Teufel krieg ich denn eine Eisblume, wenn du versteckte? Perfekt gecatcht! Perfekt gecatcht! Wo sind denn die? Die an ersten Weihnachten? Scheiße! Ich mein, das Level ist ja jetzt nicht ultra schwer. Wo sind denn die bitte? Hä? das sagt jetzt muss man nicht mehr suchen wir haben jetzt schon alle ja vielleicht Secret Exit Dosen noch na gut wir stehen ja hier gerade so viel verpasst aber ich bin jetzt überhaupt nicht mehr One Absoline Dankeschön dass du weitergelaufen bist der Blaue Jörg hat bei uns echt keine großen Überlebensschluss Oh Tod ey was machst du denn komm hier rüber du hast das du Körnchen Jaa Nein Tatsache Secret Exit Dosen Ich hab mich da weitergelaufen Der Secret was ist los mit dieser Welt Na gut okay gut der eine Secret Exit im Turm ist schon dreckig aber der war jetzt wirklich überhaupt nicht schwer Nee den hab ich ja direkt gefunden das kam mir so komisch Aber was sind denn da die Star Coins Toll wir haben damit nur einen Schalter freigeschaltet womit wir im Schloss reinkommen Ja toll geil Ach was sind denn die blöden Münzen Jetzt müssen wir aber echt genau gucken Kommste Oh Schießkabel Wo bist du eigentlich gerade Äh Äh Wo zum Teufel warst du gerade Ja Lass mich gerade über hier ist die scheiß erstes Star Coins Ja du musst gleiten 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 Toll Toll Ja keine Ahnung ich komme mir schlicht überhaupt nicht zurecht Wenn du einfach nur bewegst das ist gleiten Habe ich doch gemacht Habe ich doch gemacht Nein du bist so von nach oben hin So dass wir erstmal gucken Ob hier irgendwo Für mich auch noch ausgibst Jetzt müssen wir wie ich in die Blase komme und dann gleite ich ihn für dich Und willst du es nochmal probieren Naja mach du lieber Na Gott Versuche ich mal Das ist total Ich weiß nicht Ich weiß nicht erst wenn du den P-Switch noch aktiv hast Ich wusste ja was vergessen Wie Das ist doch nur von mir in diesem Ne Wie fliegt man hoch Schütteln Das war A was ich gedruckt habe Der hättest nur schütteln müssen Toll Jetzt haben wir gar kein Power-Up mehr Oh Dieses Dämliche Kabel ist mir immer im Weg Ich hasse sowas So stummend ist das doch gar nicht Ja das hängt mir immer im Weg rum Ja guck mal was ich hier habe Gar nichts Ja du machst doch immer beide rein Das ist immer mit beiden dann zu laut Da höre ich dich ja nicht mehr Ich höre dich vollkommen gut Bist du schon in den Alter gekommen? Das sage ich als weißhaariger Mann Ne Mir ist das einfach nur zu laut auf Oh Ich mag das so extrem laut Nicht mit Kopfhörern Gut Komm dann lass uns fliegen Los Los Flieg nicht vor Was ist denn das jetzt? Dankeschön Das musst du aber gleich holen Scheiße Komm wir müssen Cheater-Taktik machen Komm hier hoch Wie denn? Ich komme Blase du Dumme Mann ist da keine Scheiße Mann du musst jetzt einfach nur Blase machen müssen Oh Gott deswegen bist du gerade wieder schlimm Mann das Leben ist Kebe ich vor deinem Arsch dass ich nicht vorankomme? Ich mag halt dein hinter das weißt du doch Ich glaube an dein Arsch glaube ich war das Ne ich war hinter dir Hä? Ja Ach ist ja auch egal Ich habe mit deinem Arsch gestimmt Ich lebe es So Papa geh jetzt fliegen I believe I can fly I believe I can touch this guy I believe Ups So Weißt du wie war es nochmal so schön wenn man singt dann fände man Trauer und Depressionen Du weißt jetzt wie ich mich empf... wie ich jetzt fühle Schatzi Guck mal wieviel geworden hast du jetzt krist Endlich haben wir die Die zweite? Ja süpi jetzt Was? Wir müssen wieder zurück Wir haben schon wieder die erste vergessen Wo ist denn die erste? Damals ist doch ganz am Anfang da da hochgekommen Wo sollte da die erste sein? Auf jeden Fall nicht da unten abbrot Was zur Hölle? Der ist ja mal mega assoziiert Versteckt ja alles Genau ins Maul gesprungen Wo sind denn die erste bitteschön? Wo bin ich jetzt geru... Hä? Du Ich glaube das ist hier wo die zweite Starcoin war Ja wo ist denn die erste? Hä? Ich verstehe gerade gar nichts mehr Es ist mir gerade echt zu hoch Ne da oben ist auch nichts Ups Danke Was nennen wir das für die erste? Du hast doch gleich so wie am Anfang da hochgeflogen oder nicht? Ja Er muss ja komplett am Anfang sein oder was? Wieder eigentlich bei gar nicht anders Toll Oder nicht? Ich habe das schon gesehen Ja Der ist mir so lahm arschig Nimm ich die Eisblumen mit? Da oben vielleicht? Aber ich habe eine ganz blöde Idee Kannst du mal gucken? Ich habe eine ganz blöde Idee Ich weiß nicht ob es geht Ich hoffe wir brauchen jetzt nicht das gleiche heute Ich kann mir nur vorstellen dass wir vielleicht irgendwo abspringen müssen Da unten irgendwo was ist Ich weiß es echt nicht Ne Woa 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 Blase Wo Wo kommen wir da gar nicht mehr hin? Was Ich habe gedrückt Naja Wir haben doch den Checkpoint hoffentlich mitgenommen oder? Sonst haben wir gleich ein Problem Toll Oh Mann ist das Level behindert Nummer P Eichel Ist das Level scheiße Ja wo soll denn dann die erste sein? Lass uns erstmal die erste hier absuchen okay? Ich meine wenn man da hoch fliegt kommt man doch schon zur zweiten Warum ist nicht gestorben? Ich weiß es nicht Vielleicht drüben Wenn man da hoch macht dann kommt man doch zur ersten Zur zweiten Ja wo soll denn die erste denn bitteschön sein? Ich kapier das nicht Oh Oh wir haben die grad irgendwo beim Flug verpasst Das ist mir grad echt zu hoch Ist auch nix Ich flieg nochmal Du soll ja je nach eine sein ist ja Plus die eine So das Nummer zwei ne Ja wo ist die erste denn? So ich flieg mal jetzt vielen Dank Siehst du auch was? Hier ist ein Pfeil Da war ein Pfeil Vielleicht hätte ich mir mal einfach nur runtersiegeln müssen Gehst du in den Blas rein? Dann lauf ich nochmal einen schnitt zurück Aber du hältst schon mal die Augen offen Vielleicht findest du ja irgendwas Da oben war ja nix Der Cooper ist aber hier auch ein bisschen komisch platziert Siehst du was? Ich hab keinen Plan Um die sein soll Das ist mir grad echt zu hoch Moment mal Da waren zwei Münzen Achso Die zeigen vielleicht grad um was Kommst du? Die kannst du mal ein Flughörnchen mitnehmen Ich komm Ich komm Ich komm Ich hab den Peskopf noch nicht hochgenommen Die ist eh weg Die ist immer so lahmarschig Ich verstehe mal die Gegend Kommt Geh in deine Blase rein Mann Hier ist aber der Anfang Und zur Hölle ist die erste So langsam will ich jetzt Körl im Kopf Ich auch Ich weiß nicht wo die seine soll Und hier schon direkt darum zu zweitem kommt So soll dann die erste bitte schon sein Da ist nix Ich muss ja irgendwo versteckt sein in die Wand oder so Und da unten war ich jetzt schon ne? Da unten? Ja Ne ich glaub nicht Keine Ahnung Gut dann bleiben wir da stehen Ne das auch nix Ne Das auch nix Da ist auch nix Das ist auch nix Das ist auch total wahnsinnig Ja hier wird ja auch wahrscheinlich nix sein Weil ich meine das sind Hier kommen keine Rackhörsen nach oben gehen Und auch bis da Wir wissen ja was da oben ist Ja aber gar nicht Da kommt doch nicht am Anfang hin Da ist ja schon die zweite Boah Wie konnten wir die denn übersehen? Allt trotzdem Wie kann das Deswegen ist auch hier ne Copa Moment Kommt da durch So Ja aber ist ja voll asozial Das dann am Anfang die zweite Ist hier hinten die erste Haben wir das irgendwie auch so gesehen? Ne ich glaub die haben das eher gedacht gehabt hier Weil man kommt ja in unterschiedliche Passagen Kann man ja rausspringen Hier falls so einer haben möchtest Ich flieg mal schnell zurück Kannste in Blas rein gehen ne? Ja ja trotzdem Was ist die menschen assi Ja jetzt kommen wir ja durch Pesen Ah Kann man nicht mal allzu viel Zeit Ne die ganze nochmal einsammeln Willst keine One Ups Gut Ja sie gleich Komm nicht mehr da raus Ja 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 Das sind wir eh nicht für dich Das ist nicht Das ist nicht wert von dir abgeschlossen zu werden Das ist immer eh doof Ja Ganz böses Level Ganz ganz böses Level Ja Eieieiei Was ist da und da braucht's Okay wir müssen einen durch den Park bei Wir haben grad echt lange rumgesucht Ja über länger Na gut Freunde Diesmal hat das überlänge gedauert Aber hat auch jetzt grad echt gedauert bis mit die StarCube Ach wir bauen aber auch diese dreckige Coins ein Weil manche die nimmst du mit auf den Weg Und dann sowas Na gut mein Lieben Dann bis zum nächsten Mal Bis dann. Ciao Ciao!